Was sind wertvolle Inhalte? Wie kann ich Menschen begeistern? In dieser Folge sehen wir uns gemeinsam eine Checkliste an, mit der du systematisch herausragende Inhalte produzieren kannst. Die Checkliste gibt es als praktischen Download in der Beschreibung. Viel Spaß! Das Lema-Framework wurde von Lili Upaya erfunden und ist ein Rahmen zur Erstellung von herausragenden Inhalten, besonders im informativen Bereich. Also, man stelle sich vor Top of the Funnel und Mid of the Funnel. Wir haben daraus eine wunderschöne Checkliste für dich erstellt, die du verwenden kannst bei der Content-Produktion. Im Folgenden gehen wir jetzt diese Checkliste durch, um die einzelnen Punkte zu erklären und wir haben sogar für besonders komplizierte Punkte schöne Beispiele herausgesucht. Wir springen in Google Docs rein. Es gibt das Ganze dann herunterzuladen als Google Doc und für alle, die im Konzern arbeiten, als Word-Dokument. Aber lass uns reintauchen. Also, das Lema-Framework betrachtet herausragende Inhalte in vier Dimensionen. Das heißt, herausragende Inhalte müssen logisch sein, explizit, einprägsam und umsetzbar. Klingt, glaube ich, plausibel, aber wir gehen jetzt Punkt für Punkt durch, was diese vier Komponenten bedeuten. Damit du sie auf deine Inhalte anwenden kannst. So, partlogisch. Stellt dieser Inhalt sicher, dass er nicht zu ausführlich auf Themen eingeht, die den Lesern bereits bekannt sind. Was verhindern wir dadurch? Wir verhindern dadurch, dass wir den Leser oder die Leserin langweilen und dass wir den Fokus verlieren. Beides ist sehr wichtig für Google Rankings. Das eine ist für die Nutzersignale. Das andere ist wichtig dahingehend, weil Google den Fokus einer Seite bewertet. Dann werden Konzepte über die Klarheit gewünscht werden, detailliert und umfassend erklärt. Das heißt, passend zur Suchintention, dass wir das genau abdecken und das auch ausreichend ausführlich ausformulieren. Das war sehr kompliziert ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Werden Konzepte, von denen die Leser nicht wussten, dass sie sie kennen müssen, als neuartige Ideen präsentiert. Und das ist jetzt nicht ein trivialer Punkt. Ich zeige dazu eben ein Beispiel. Das ist von unserer eigenen Webseite. Unser Ratgeber über die Optimierung für generative KI. Das heißt, wie ranke ich, wenn ich eine Webseite habe, auch bei Chatbots wie ChatGPT? Wie sorge ich dafür, dass ich zitiert werde. Und in diesem Artikel, was ich als neuartige Idee präsentiere, ist, es geht nicht darum, prinzipiell mal in die Trainingsdaten von generative KI zu kommen, sondern der größte Optimierungshebel bzw. Wachstumshebel für Unternehmen ist es, zu verstehen, wie Retrievable Augmented Generation funktioniert und darauf zu spielen. Als Beispiel für etwas, was wahrscheinlich die meisten nicht wussten, die für Chatbots optimieren. Vielleicht wusstest du das, vielleicht nicht. Ist jeder Abschnitt einzigartig und vermeidet Wiederholungen derselben Informationen? Worum geht es dadurch? Wir wollen natürlich im Inhalt Redundanz vermeiden, weil so langweilen wir den Leser, machen die Nutzer-Signale schlechter. Und damit haben wir das Konzept logisch eigentlich schon gelöst. Kommen wir zum Punkt explizit. Verzichtet jeder Satz auf unnötige Wortfülle? Und da lassen wir Content-Marketer und SEOs oft viel liegen, weil wir einfach alles zu fluffig machen, zu umfangreich, zu lang. Wir machen das einfach, weil wir noch sehr gefangen sind in dem Konzept Vote-Länge, oft viel zu lang, viel zu kompliziert. Man könnte das in einem Satz sagen und dann wäre es klar. Und wir versuchen das dann künstlich aufzuflaffen, weil wir glauben, dass wir dann besser ranken können. Und hier wieder ein Beispiel von unserer Seite zur Optimierung für generativer KI. In einem Satz können wir sagen, hey, wenn wir auffindbar sein wollen bei generativer KI, dann geht es nur darum, in dieser externen Wissensquelle aufzuscheinen. Das heißt, in dem Fall ChatGPT, Bing-Suche, Gemini oder SGE, Google-Suche. Und damit ist alles gesagt, da brauche ich jetzt nicht 300 Wörter schreiben, sondern jeder versteht das, für jeden ist das nachvollziehbar. Wir haben unnötige Wortfülle vermieden. Dann wird jeder Punkt mit einem Beispiel untermauert, um die Bedeutung klarer zu machen. Und ich glaube, das ist ein unvorstellbar wichtiger Punkt, aber ich will den jetzt nicht weiter erklären, weil ich glaube, das ist trivial. Heißt das jetzt, man muss jedes kleinste Ding wieder ein Beispiel untermauern. Nein, aber alles, wo man sich denkt, okay, das könnte nicht jedem ganz klar sein, ist es immer gut, ein Beispiel zu zeigen. Springen wir ganz kurz rein, weil ich glaube, dass es gut ist, um zu zeigen, hier, okay, Retrievable Augmented Generation, man kann sich das durchlesen und dann hat man halbwegs ein Verständnis dafür, was es ist. Aber mit einem Screenshot ist dir glasklar, worum es hier geht. Können die Leser die Informationen verknüpfen, um genau zu verstehen, was zu tun ist? Und das ist in Verbindung mit diesem Punkt sehr relevant. Wenn wir jetzt einen Artikel schreiben, wo es jetzt vielleicht nicht nur um etwas Strategisches geht, sondern wirklich, wie kann ich das konkret umsetzen, dann ist es essentiell, solche Beispiele. Hey, wenn wir jetzt diese Antwort aus Gemini zum Beispiel sehen, dann kann ich schreiben, diese Antwort konnte ich beeinflussen durch ein paar strukturierte Informationen im Futter, keine strukturierten Daten, aber um die Informationen noch leichter zu verknüpfen im Gehirn des Lesers, dieser Screenshot sagt dir, ah, okay, ja, das sind nicht wirklich strukturierte Daten, sondern es ist einfach strukturierter Text, damit der Chatbot das leichter aufgreifen kann. Okay, dann kommen wir zum Punkt Einprägsam. Einprägsam ist genau das, was KI-Texte nicht sind und warum ich zum Beispiel auch KI-Texte verabscheue und wieso ich keine zukünftigen Skyscraper-Content sehe. Diese oberflächlichen, großen, holistischen Inhalte, wo alle letzten Endes das Gleiche schreiben, ist es einprägsam? Nein, weil einprägsam ist ja das Besondere und nicht das Generische. Hier geht es jetzt um einen der folgenden Punkte zu erfüllen, damit wir einprägsam werden. Das kann sein, etwas Neues, etwas gänzlich Neues, es ist immer schwierig, oder eine neue Sichtweise auf dieses Thema. Ein Beispiel für eine neue Sichtweise auf dieses Thema ist zum Beispiel das, wie optimiere ich auf generative KI, indem ich verstehe, Retrieval Augmented Generation, das ist der Hebel. Das heißt, das ist nicht neu, aber das ist eine neue Perspektive. Und was hier auch zum Beispiel eine neue Perspektive in diesem Artikel ist, im Kontext KI sprechen wir darüber, oh mein Gott, wir SEOs werden ersetzt und SEO ist nicht mehr relevant. Man kann das ganz anders sehen. Wer kann am besten für Generative Engines optimieren? Leute, die sich mit SEO beschäftigt haben. Das heißt, SEO ist wichtiger als je zuvor. Neue Sichtweise, dementsprechend einprägsam. Dann, es kann natürlich sein, Überzeugung, eine starke Meinung, die in der Branche polarisiert. Ich mache sehr viel Content in diese Richtung. Beispiel bei der Campix habe ich infrage gestellt, ob wie wir SEO sehen, kleinteilig, technisch und so weiter, ob das tatsächlich zusammenpasst zur Vision, die Google hat und wie große Unternehmen das Thema SEO sehen. Und ist es kontrovers? Ja, kriegt man einen Gegenwind? Ja, ist es einprägsam? Damn right, it is. Dann, Bezug. Bezug haben wir jetzt eben in diesem Artikel über Optimierung für Generative KI voll viel gesehen. Verwendung von Screenshots, Grafiken, Analogien und Beispielen, um ein klares Verständnis zu fördern. Was sind oft die Sachen, die man speichert und sich immer wieder ansieht, wo es einfach voll genau runtergebrochen wird, wie man etwas macht? Mit Screenshots, mit klaren, schrittweisen Anweisungen, Menschen lieben das. Warum machen wir das oft nicht? Warum mache ich das oft nicht? Weil es auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich umsetzbar. Und man merkt, es ist immer verbunden miteinander, das heißt, dieser letzte Punkt ist dann wieder verbunden mit Umsetzbar, also bedenkt es in der Checkliste. Beantwortet der Inhalt die folgenden Fragen? Was ist das Endergebnis? Und zum Beispiel bei unserem Artikel über die Optimierung für Generative KI ist das Endergebnis kommuniziert in Screenshots. Das heißt, das Endergebnis ist, das Traumergebnis ist, dass ich als Unternehmen in JetGPT oder in Google Gemini gut mit meiner Marke aufscheine oder in einem positiven Licht aufscheine. Und was verkörpert das besser? Also, ein Text könnte es niemals so gut verkörpern als ein Screenshot, weil es sagt ja ganz klar, okay, ich will mit meiner Marke so ein Ergebnis, wie Alexander hier für Evergreen Media erreicht hat. Dann, was müssen Sie tun, um dies zu erreichen? Ich glaube, das ist logisch. In diesem Artikel wird ja ganz genau erklärt, okay, das ist das Endergebnis und dann wird ganz genau Schritt für Schritt erklärt, wie man dorthin kommt und wie müssen Sie diese Schritte konkret ausführen und welche Werkzeuge sind dafür nötig. Und das ist auch in diesem Bereich erkläre ich ganz genau, okay, was sind die Tools? In dem Fall sind es keine Tools, sondern welche Websites und so weiter und was muss man da konkret machen, um hier aufscheinen zu können. Und hier unten seht ihr übrigens die Quelle zum originalen Konzept. Das ist noch umfangreicher und ist durchaus sehr wertvoll, das zusätzlich zu lesen, um noch mehr Verständnis für dieses Framework zu haben. Aber diese Checkliste kann dir schon helfen, bessere, wertvollere, hilfreichere Inhalte für deine Zielgruppe zu schaffen, die nicht in Vergessenheit geraten und vor allem deine Marke im Internet wirklich stärken. So, und damit sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Lade dir unbedingt unsere Lema-Checkliste herunter. In der Beschreibung findest du den Link. Es gibt das Ganze als Google Docs und für die Konzernleute, die Google Docs nicht verwenden dürfen, gibt es die Word-Datei. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.